Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute Haferflocken-Cookies. Die Haferflocken-Cookies sind total einfach in der Herstellung, sind wirklich schnell gemacht, ein total gesunder Snack, denn sie sind auch ohne Kristallzucker und werden nur mit wenig Honig gesüßt. Wir benötigen 200 ml Milch, 150 g Mehl, 150 g Haferflocken, 70 g Rosin, 3 TL Butter, 1 Ei, 2 TL Honig und hier haben wir noch die Gewürze, das sind 2 TL Backpulver, 1 TL Zimt, 1 TL Vanillezucker und eine Prise Salz. So, als erstes verrühren wir jetzt die trockenen Zutaten. Das heißt, ich nehme jetzt das Mehl und gebe da die Haferflocken zu. Dazu dann die Rosinen und Salz und Zimt und Backpulver und Vanillezucker, genau, kommen jetzt dazu. Und das müssen wir jetzt einmal miteinander verrühren. So, dann können wir das jetzt schon mal an die Seite stellen und in den Mixtopf kommen jetzt die flüssigen Zutaten, das heißt die Milch, das Ei, 2 TL Honig und auch noch die Butter. Dann setzen wir einmal den Deckel auf und das Ganze verrühren wir jetzt eine Minute auf Stufe 4. So, es hat sich alles schön miteinander verbunden und jetzt kommen die trockenen Zutaten dazu. Dann können wir den Deckel wieder aufsetzen und wir verrühren das Ganze jetzt eine Minute im Linkslauf auf Stufe 3. So, mein Cookie-Teig ist jetzt fertig. Das sieht jetzt so aus. Den Backofen heize ich jetzt gerade schon vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ich habe mir jetzt einen Esslöffel genommen und werde mir jetzt mal so einen Esslöffel ungefähr von dem Teig drauf geben und auf dem Backblech verteilen. Die Cookies müssen dann für ca. 15 bis 20 Minuten gebacken werden. Wie ihr gesehen habt, gegen die Haferflocken-Cookies wirklich total schnell. Die sind so super lecker. Also man kann sie zwei in einer Box aufbewahren, also in so einer Keksdose. Da halten sie sich dann halt auch, wie halt normale Plätzchen auch. Aber glaubt mir, die halten keine zwei Tage, dann sind die schon leer, weil die einfach so super lecker sind. Also ihr könnt sie ganz einfach auch so zum Tee oder Kaffee oder einfach so zwischendurch essen. Die sind so super lecker und sättigen halt auch, weil dort Haferflocken drin sind. Also müsst ihr unbedingt nachmachen. So schnell sind die ja echt gemacht. Einfach mal zwischendurch ausprobieren. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir gerne mal ein Bild schickt. Gerne über Instagram mit dem Hashtag elegantkochen oder natürlich auch gerne per Mail an info at elegant-kochen.de. Ich freue mich immer riesig, wenn ihr meine Rezepte nachmacht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Ach so, ihr dürft mir natürlich auch noch gerne einen Daumen nach oben geben, falls euch das Video gefallen hat. So, um! Musik